Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder euer Jess und heute mal mit einem etwas anderen Video und zwar reden wir mal über den Wizard Nerf und warum es im nächsten Patch, also Patch 2.6, keine Wizards mehr geben wird. Also für alle die es vielleicht live noch spielen, nutzt die Zeit, macht euch ein paar Screenshots, denn die Arcon Builds, Blitz Builds und so weiter, die wird es dann im neuen Patch nicht mehr geben. Ist ein bisschen eine dramatische Einleitung, aber man kann es gar nicht hart genug betonen und zwar möchte ich euch gerne mal zeigen, wie das Ganze genervt wurde oder ob es sich aktuell um einen Bug handelt. Darüber wird gerade heiß diskutiert in diversen US-Foren oder auch auf Reddit. Mal ganz kurz, worum geht es hier überhaupt. Jeder von euch kennt den guten alten Blitz Wizard, das ist ja auch die meistgespielte Skillung. Jetzt in der Season, auch in der letzten Season, war es schon sehr, sehr viel gespielt und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir sammeln Arcon Stacks, wir spielen mit dem Talrasha Set, dem Yur Set in Kombination, ziehen den Arcon, fahren mit dem blauen Strahl einfach alles nieder. Aufgrund der Prograte von Paralyse und unseren Mann als Ring prockt hier natürlich enormer Blitzschaden und es wird einfach alles zerlegt. Somit ist dieser Bild, was das Farmen angeht oder eben mit den Hydras in den hohen Rifts als Rift Guardian Killer, ist hier natürlich alles am Start. Alles so schön, alles gut. Also ihr kennt das ja, man fährt einfach durch und es stirbt halt alles. Das wird sich dramatisch ändern. Ich dachte mir schon an BTR, denn es gab letztens auch im Stream schon öfter mal Gerüchte, dass das genervt wurde. Danke dafür an die Community, dass mir hier das Video und die Information weitergelinkt wurden. Und zwar, wie wurde das Ganze genervt? Das habe ich euch jetzt extra in diesem Video nochmal in einer Situation zusammengefasst, so dass es auch wirklich jeder sieht und dass es auch wirklich jeder versteht, wie das hier funktioniert. Im Hintergrund hatten wir hier eine wirklich super entspannte Ebene. Es gibt hier überhaupt kein Problem. Also die Prograte von Paralyse, die wurde nicht modifiziert. Auch sonst macht der Bild ganz normal den gesamten Schaden. Wie wir das gewohnt sind, die Überraschung kommt, wenn wir einen Übergang haben. Also wenn wir von einer Ebene auf die andere Ebene gehen. Okay, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell war, wir machen es gleich nochmal, dann seht ihr, was ich hier meine. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir sind auf einer Ebene, spielen ganz normal, sind im Archon, haben unsere Stacks und alles. Und sobald wir eine Ebene überschreiten, übertreten, sobald wir auf die nächste Ebene gehen, wird alles gelöscht. Das habt ihr richtig gehört. Die Archon Stacks, die Swamy Stacks, also alles, was ihr hier gespeichert habt, verschwindet alles. Und ihr habt den vollen Cooldown auf Archon. Und da macht es jetzt Boom. Denn das bedeutet für euch, jedes Mal, wenn ihr eine Ebene übertretet, enden eure Archon Stacks und eure Archon bekommt praktisch den vollen Cooldown. Es sei denn, ihr schafft einen Übertritt, wo es genau der Archon ausläuft und der neue wieder ready ist. Aber mehr oder weniger nimmt das natürlich einen enormen Farmspeed raus. Denn ihr könnt jetzt nicht mehr willkürlich über die Maps teleporten, auf die nächste Ebene gehen, das nächste Eliteback schnappen. Das funktioniert alles nicht mehr. Denn mit einem Ebenenübertritt hat sich die ganze Sache erledigt. Vielleicht ganz kurz, woher kommt das überhaupt? Es gab den Bug, je nachdem, wenn ihr euch das Video anseht, gibt es den Bug auch noch. Und zwar gab es bei Wizard die Möglichkeit, der konnte sich raus teleportieren, also aus einem laufenden Greater Rift raus teleportieren. Konnte da in das Q-Level gehen. Konnte im Q-Level dort diverse Stacks farmen. Bedeutet also, sich enorm viel Archon Stacks im Q-Level holen. Anschließend wieder zurückboarden und hatte dann auch im Greater Rift diese enormen Stacks. Das wurde bei den Rift Guardian gemacht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Ich rate davon ab, das ist ein Bug, das ist nicht so gewollt. Und jetzt dachte sich Blizzard, okay, das muss gefixt werden, muss es auch. Und jetzt ist es halt so, sobald ihr den Greater Rift verlasst, also es ist nicht nur bei einem Ebenenübergang, sondern sobald ihr aus dem Greater Rift geht, werden die Stacks gelöscht. Also nicht, wenn ihr rausgeht, sondern wenn ihr wieder reingeht. Bedeutet also, nehmen wir mal an, ihr seid so wie ich ein bisschen schusselig und ihr habt vergessen, euren Charakter zu reparieren. Also es sind diverse Items gelb, ihr bohrtet euch schnell raus, wollt schnell in der Stadt reparieren und wieder rein bohrten. Archon Stacks weg, voller Cooldown auf Archon. Ihr geht von einer Ebene auf die andere, voller Cooldown auf Archon. Und damit stirbt einfach die Skillung. Also man könnte jetzt sagen, ja so dramatisch ist es nicht. Das stimmt nicht, denn man hat ganz oft wirklich kurze Ebenen und diese kurzen Ebenen, die kosten euch dann eine enorme Zeit. Also das kann man nicht mehr schönreden, denn wenn ihr auf einer Ebene nur eine Elite Pack habt, dann reicht das genau, um praktisch euren Archon zu refreshen. Hier nochmal alles aufzuladen, ihr geht auf die nächste, dann habt ihr die vollen 120 Sekunden Zeit zu warten. Also alles, was hier gespielt wird, wie mit einem Elemental Ring statt einem Obsidian Ring, das könnt ihr alles vergessen. Ihr schafft es nicht mehr, in einer annehmbaren Zeit, das war das Wort, in einer annehmbaren Zeit, wieder in den Archon zu kommen. Somit stirbt diese Skillung im neuen Patch. Jetzt müssen wir hier ein bisschen die Dramatik, das dramatische Level ein bisschen runternehmen. Das Ganze ist momentan auf dem BTR, es gibt keinen offiziellen Bluepost dazu. Das bedeutet also, es könnte sich Blizzard nochmal überlegen und das Ganze nochmal zurück ändern, oder eine andere Lösung finden, den Wizard ein bisschen zu nerven. Das ist ein bisschen genervt gehört, da werden sicher die ein oder anderen mal der gleichen Meinung sein. Aber wie das momentan ist, würde praktisch das Aus für den Wizard, für die Zukunft bedeuten, für alle Archon-Bilds. Ich weiß, es gibt den ein oder anderen, die sind nicht so die größten Fans der Archon-Bilds. Aber das ist mal momentan der Stand der Dinge auf dem BTR-Server. Ja Freunde, das ist mal mehr oder weniger eine gute Nachricht. Ob ihr es gut oder schlecht findet, schreibt es mal in die Kommentare oder ob ihr lieber eine andere Änderung wünschen wollt. Also nicht so etwas Dramatisches, vielleicht die Brockrate von Paralyse ein bisschen runter. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet und bis dahin wünsche ich euch wie immer für Glück, für Spaß und bis zum nächsten Mal.